Hey Kmet, du warst unser erster Neuzugang. Die erste Woche ist rum. Wie hast du dich eingelebt? Ganz einfach. Die Mannschaft hat mich sehr gut aufgenommen, hat es mir einfach gemacht hier in Aue. War auch eine anstrengende Woche mit den ganzen Tests drum und dran und den drei Testspielen. Ich bin jetzt froh, dass die erste Woche jetzt durch ist und wir die nächste Woche es ein bisschen angenehmer angehen können mit den zwei Testspielen. Der Trainer hat im Interview gerade versprochen, dass die nächste Woche intensiver wird, also noch härter und stärkere Gegner in den Testspielen. Ja, die Regionalliga ist natürlich eine andere Klasse als hier gegen die Kreisliga-Mannschaften. Wenn es anstrengender wird und intensiver wird, freuen wir uns drauf. Trotzdem sind die Spiele ja wichtig, 5000 Zuschauer in den letzten Testspielen. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig, auch für uns, auch für mich jetzt als neuer Spieler hier in Aue. Die Fans sind hier gut mit dabei, es freut mich auch. Macht Spaß. Viel Erfolg weiterhin. Dankeschön, Glück auf.